Ich will ja von euch ja Kameraden zurecht Ich seh Ich seh Ich seh Ich seh Ich seh Weißt du was Die Hurensöhne haben Im Fahrzeug ist ne Kampfpistole Die Hurensöhne Die Hurensöhne haben wir das zugesteckt Hanzer hast du mit Hanzer hast du mit Hanzer hast du mit Schmied für dich ja Vormenmerfobie haben wir drei Leute Wir sind hier gebunden Weißt du was Weißt du was Hanzer hast du mit Hanzer hast du mit Jungs könnt ihr euch jetzt mal ein bisschen zusammenreißen geht das? Hanzer hast du mit Hanzer hast du mit Hanzer hast du mit Hanzer hast du mit Oh ah jungen das ist hier gar keinen Spaß ist hier richtig traviert Das ist Marcel Hazen als gehört dir die Waffe, ja? Warum wir? Was soll ich?